Die Startung 6.30 Uhr, jetzt ist der Bruder, Bruder, Blut und Frau Lübett. Denke Gäste, ganz außen befindet sich um die Spitze, ganz zu den Walsen gestartet und Frau Sertleit. Jetzt hat das der Walsen etwas hebegerissen, dann kam direkt aus der Valorin, in hinterer Position, in Weiss, Gold, Blau. Die Startung 6.30 Uhr, jetzt ist der Bruder, Bruder, Blut und Frau Lübett, jetzt ist der Bruder, 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 Blut und Frau Lübett. Dann습니다. Jetzt werden wir jetzt auf einen Druck zurück. Aufrücken, Zahn, aufrücken, dauernd Gerardo jedenfalls versucht er das. Vorne ist der Snapping S mit 4 und 1. Diese Einhandlung, zwei, drei Längen abgesetzt, vorverhaufte Verfolgung. Dann folgt Zahn, Gerardo und Runaway jedenfalls auf den Turmarsch. Zahn kommt nicht weiter, es sind keine Paulette, die jedenfalls nicht erheben von Zahn. Der Mann aber auch, wird sie nicht mehr, es sind nicht mehr, die sich in den Puppen aber wieder zurückgemacht und nach unten in die Umgebung geht. Ein Herzstieg, der Mann ist nicht mehr, die sich in den Puppen aber wieder zurückgelegt. Dort kommt nicht mehr, bricht hier in der Gruppe, der aber auch wieder zurückgelegt. Vielen Dank.